Leiter sein vor Gott. Was bedeutet das? Wir haben heute schon ein Beispiel kennengelernt, heute Nachmittag, Mose, als einen faszinierenden Leiter, der vor Gott lebte. Und ich möchte euch heute Abend einen weiteren vorstellen. Johannes den Täufer. Warum Johannes den Täufer? Nun, er war einmalig in mancher Hinsicht. Er war überhaupt geboren, um Leiter zu sein, um Menschen zu Gott hinzuführen, die Herzen Israels zu bekehren vor dem Kommen Gottes in seinem Gesandten Jesus Christus. Er ist für mich deshalb so vorbildlich als Leiter, weil er, bevor er mit Jesus gehen konnte und ihn überhaupt kannte, schon Jüngerschaft und christliche Leiterschaft verstanden hat. Während die männlichen Jünger die drei Jahre der Nachfolge immer noch nicht kapiert hatten, was christliche Leiterschaft ist, hatte er es schon als Vorgänger Jesus verstanden, was Nachfolge bedeutet. Was macht Johannes den Täufer aus als einen Leiter? Drei Dinge möchte ich uns vor Augen stellen. Erstens, es ist sein radikaler Gottesbezug, sein Bezogensein auf Gott. Er ist darin Leiter und Persönlichkeit, dass er sich selber leiten lässt. Und bei Johannes dem Täufer kommt etwas zusammen, was für uns als Christen nun heute gilt. Dass nämlich der Gottesbezug, das Leiten vor Gott, zwei Perspektiven hat. Einmal vor Gott, dem Vater, in Verantwortung vor Gott und seinem Willen, im Wissen, dass wir Rechenschaft geben vor ihm. Er ist die Autorität, die uns leitet. Auf ihn sind wir bezogen. Und alles, was wir tun, das geschieht vor ihm und in seinem Namen. Es geht nicht um mich als Leiter, es geht ausschließlich um Gott. Das Amt, das ich habe, die Berufung, die ich habe, die Sendung, die ich habe, hat nur eine Legitimation, dass es nämlich für Gott ist und von Gott aus. Und was nun Johannes den Täufer so faszinierend macht für uns ist, dass sein Gottesbezug schon ein Doppelter war. Er war ganz auf Gott, den Vater bezogen, der die Verheißungen gegeben hatte, Jesaja und Malachi, vom Kommen Gottes zum Gericht und zur Wende, zur Aufrichtung seines Reiches. Und zweitens, er war ganz konsequent auf Christus bezogen. Es geht nicht um mich als christliche Leiterin oder Leiter, es geht um Gott, den Vater und um seinen Sohn, Jesus Christus. Nun sagen wir das natürlich alle. Es geht ja gar nicht um mich, es geht ja um Christus. Es ist ja alles Gnade. Und wir sind so gut darin, die Demut als eine Variante unseres Stolzes zu zelebrieren. Aber bei Johannes dem Täufer war es echt. Johannes der Täufer wurde gefragt, Johannes, wer bist du? So eine typische Fangfrage wie hier auf der Bühne, nicht? Wer bist du? Sag mal selber. Was sagst du von dir selbst? Und ich bin dann immer versucht zu sagen, ja, wie soll ich jetzt die Antwort anlegen? Gemeinschaftserfahrung, Gnadererfahrung, Theologieprofessor, Landeskirche, nee, lieber Freikirche, CVM-Vergangenheit. Also was musst du jetzt von dir ins rechte Licht setzen? Johannes der Täufer hat mit einer Selbstvorstellung begonnen und hat gesagt, ich sage euch, was ich bin. Ich bin nicht der Christus. Das ist christliche Leiterschaft. Das Erste, was ich von mir vorstelle, ich bin es nicht. Ich bin weder die Antwort auf eure Sehnsüchte noch die Antwort für eure Probleme. Ich bin nicht der Erlöser, sondern das ist alleine Jesus Christus. Meinen Studierenden sage ich es gerne, deshalb habe ich es auch ausgedruckt, das bitte schön druckt euch aus und hängt es über eure Gebetsbank und über euren Schreibtisch im späteren Dienst. Bei jedem Telefonat, bei jedem Brief, bei jeder E-Mail, bei jeder Predigtvorbereitung, bei jeder Vorbereitung auf irgendein Konfliktgespräch, ich bin es nicht. Es ist Christus. Das bedeutet Demut im wirklichen Sinne. Er ist es und ich bin es nicht. Zweitens, Johannes der Täufer war absolut auf die Menschen hin orientiert, für die er gesandt war. Ich erinnere mich an eine Sitzung, in der es aus mir rausplatzte, bei uns an der Uni, aber die Mitarbeiter und Studenten sind noch nicht für uns da, sondern wir für die Studenten. Ich gucke den entsetzten Gesichtern. Die Gemeinden sind nicht für uns da, wir sind für die Gemeinden da. Und wenn wir leiten, dann nicht um uns zu bestätigen, sondern um sie zu fördern. Johannes der Täufer hat seine Schüler Jesus anbefohlen. Das ist das Lamm Gottes, dem müsst ihr nachfolgen. Und sie sind davon gelaufen und Jesus hat mehr getauft als er. Und er freut sich daran. Und er gebraucht ein seltsames Bild. Er sagt, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Soweit so logisch. Der Freund des Bräutigams freut sich, wenn Braut und Bräutigam zusammenkommen. Freuen wir uns, wenn wir überflüssig werden für die Menschen, die durch uns zum Glauben kommen? Bedeutet Leiderschaft für uns selbst Erübrigung? Befähigung der anderen selbst Leiter zu werden? Oder klammern wir nicht und wollen die Menschen an uns selbst binden? Christliche Leiderschaft bedeutet loslassen, verweisen. Johannes der Täufer war ein Wegweiser, ein von sich Wegweiser, auf Gott und er sah die Menschen mit den Augen Gottes. Es geht nicht um uns auf Kanzel und Bühne und vor Gruppen. Es geht um Gott. Es geht nicht um uns. Es geht um die Menschen, zu denen wir gesandt sind, deren Entwicklung und deren Wohl. Und drittens, er war sendungsorientiert. Der, der mich gesandt hat, so nannte er Gott. Gott. Alles, was vor uns liegt, ist nicht unsere Berufung. Alle Not, die wir kennen, ist nicht unsere Berufung. Ich frage dich, was ist deine Gabe? Was ist deine Sendung? Was ist deine Berufung? Wo sollst du Menschen näher zu Gott bringen? Was ist deine spezifische Aufgabe? Die Not darf niemals zum Ersatz werden für deine Berufung. Und wenn ich das sage, dann antworten viele, aber ich weiß ja gar nicht, was meine Berufung ist. Das ist das Problem. Wir haben so viel zu tun, dass wir nicht wissen, was Gott heute von uns will. Oder wir meinen es von gestern her schon zu wissen. Geistliche Leiterschaft bedeutet nicht ich, sondern Gott, alleine Jesus Christus. Geistliche Leiterschaft bedeutet, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen, dem Bräutigam die Braut zuzuführen und bloß nicht dazwischen zu gehen. Geistliche Leiterschaft bedeutet, beschränke dich auf deine Sendung. Nicht alles sollst du tun, sondern das, was Gott dir aufgetragen hat. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Gernotter Untertitelung des ZDF, 2020